Hm. Keine Ahnung wie das geht. Ist doch schon hier die Aufkleber, die wir immer sammeln. Naja. Wird auch ohne funktionieren, hoffe ich. Kraig-Kraig, das ist Detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Don't think your friends are gonna come bust you out this time, Kraig. My name is Feltzvar and I'm a Level 6 thief and the humans will soon rescue me from this tower. Nein, dein Name ist fucking Craig Tucker und du bist in Detention. Start mit deinem Haus. Ich habe alle die Türs geöffnet, und ich habe die Halle Monitoren gearbeitet. Niemand wird dir verdienter, Craig. Okay? Entschuldigung, aber Schule ist weg. Und keine Studenten können auf der Pläne bis morgen um 7.30 Uhr. Erstmal angreifen. Tja. Ich sage, Officer Down, alle Halle Monitoren sind in der richtigen Halle. Oh, Gott, verdammt. Hier sie kommen. Sie werden dich geteilt, Craig. Du bist nicht aus der Detention. Ich werde aus dem Hier in 10 Minuten. Das Dungeon hält viele Gegräte. Für centuries, diese Halle wurden unmonitiert. Aber dann der schweig Overlord, Maggie, rief an Arme von Gingers um zu retten die Precious Afterschool Detention. Jetzt diese Minions lurte die Halle, terrorizing und suspending die Innocent. Okay, schauen wir mal, was wir hier so alles machen können. Da kommen wir nicht weiter. Hall of Honor. Okay. Studentenarchiv, Mensch. Stopp, Wolli. So. Erstmal alles nehmen. Und dann gehen wir weiter. So, die zwei sind schon mal K.O. Wie war das mit der Spintür? Spintschlüssel der Gangaufsicht. Achso, den habe ich bestimmt nicht. Okay. Oh, ein schönen Pokémon. Hier ist abgeschlossen. Aber hier nicht. Okay, also in Mr. McKays Büro. Mist. Ich wollte eigentlich da den Gegenstand benutzen, der über ihm war. Ich habe leider nicht geklappt. Ich habe leider nicht geklappt. Ich sage, ich weiß, dass es über die Szene geht. Ich weiß, Angst, das nicht zu stören, aber ich habe es. Ich liebe es. Aber ich liebe es. Lige sagen, es ist ein 6換iger Hall Monitor. Mit einem großen Freckle und einem Clip-Bord aus von Menschen. Ich sage, er hat eine Freckle... Oh, wir müssen nicht in ohne die Schlüssel. Ich werde erstmal hier alles rausnehmen. Hilfe von Begleitern, Kuh. Achso, warte mal, wie ging das? Gruppe. Die werde ich vielleicht Kenny brauchen. Ich versuche immer Escape zu drücken. Warum haben Grinsen sogar diese stupide Räume, wo es nichts zu tun hat? Oh, mehr gibt es hier wohl nicht. Mist. Die haben den ersten Schlag. Du bist jetzt auf meinem Turf, Kind. Okay. Ich muss erstmal einen Heiltrank nehmen. Mach meinen Tag, Kind. Ja, komm schon. Im Großen. So. Jetzt mache ich am besten. Das hier. Dann werfen wir hier nochmal ein paar Pfeile. Der ist schonmal weg. Geheilt. Und jetzt gib ihm mit dem Hammer. So. Reicht das? Geheilt. 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 Okay. Geheilt. 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 Er ist hier! Geheilt. Okay, pass auf. Und wo die auch schon ausgeschaltet hat? Ach guck mal, jetzt können wir den hier auch noch umlocken. Was hast du denn dabei? Ach so, ich muss... ne neue Gruppe hier. So, kann ich ihm jetzt irgendwie helfen? Kannst du nicht sprechen? Schau! Die Frage ist, wie helfe ich ihm? Ähm... Ich hab grad keine Ahnung. Du bist vielleicht doch hier. Unser guter Potters helfen. Ich weiß es ja nicht. Ach ja. Ja, da geht's, Junge. Danke. Ich dachte, ich war ein Götter. Es waren zu viele von ihnen. Es waren zu stark. Seine Haare, zu roh. Vielleicht könntest du den Silber-Key und find den Gold-Key. Du könntest zufrieden, wo ich falsch habe. Freie Mackie-Präsidenten! Einen Spind, den ich nicht aufgemacht hab? Nein. Ich hoffe, dass der Gold-Key da drin ist, oder sonst wird der Silber-Key nicht aufgemacht. Sei vorsichtig, Junge-Präsidenten. Das ist Mackie-Präsidenten. Einen falschen Schritt, und wir können in Bezugung enden. Die Gold-Key. Einen Mensch hat es niemals aufgemacht. Wir hoffen, es hält... So, warte mal. Mist. Da komm ich noch nicht ran. Das ist weit genug, Intruder. Wo ist dein Hall-Pass? Gang-Aussichts-Boss. Gang-Aussichts-Boss. Okay. Fangen wir mal langsam an. Erstmal hier was essen. Und dann vergiften wir den. Ist nämlich wichtig, dass der blutet. Ach, nicht los. Das ist genial. Es ist das, was wir tun haben. Gut. Äh. Das ist los.